Jo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops, der Serie, in der ich euch jeden Morgen den neuen Shop in Fortnite vorstelle. Wenn ihr keine Skins mehr verpassen wollt, dann lasst unbedingt ein Abo da. Ich stelle euch jeden Morgen den heutigen Shop vor, also einfach unten kostenlos auf Abonnieren klicken. Bevor wir starten, eine ganz kurze Info. Ich werde immer wieder gefragt, wieso ich die ganzen Items denn überhaupt gar nicht gekauft habe. Ich habe mir extra für diese Serie hier einen zweiten Account erstellt, und zwar heißt der Daily Shop, genauso wie die Serie auch Daily Shop heißt. Und auf diesem Account kaufe ich natürlich extra keine Skins, damit ihr die Preise seht, denn sobald man ein Item gekauft hat, verschwindet der Preis und steht nur noch im Besitz da. Und dann könntet ihr nicht mehr so einfach die Preise der einzelnen Items sehen, deshalb habe ich hier diesen Account erstellt, einfach um sie euch besser zeigen zu können. Und damit würde ich dann sagen, wir begeben uns in den heutigen Shop, es gibt nämlich etwas richtig geiles, also let's go. Und zwar gibt es heute den Dino-Kommando, endlich ist der Dino-Skin raus, wir haben sie ja im Stream schon immer Liebe vor die Dino-Tante genannt. Dino-Kommando heißt das Outfit, 2000 Vibachs kostet es, ich klicke mal kurz drauf. Sieht ziemlich cool aus, gefällt mir sehr, sehr gut. Ist natürlich wieder ziemlich teuer, hat aber auch einen Backpack und sieht wirklich sehr, sehr extravagant aus. Auf jeden Fall mit der roten Farbe fällt man extrem auf in der größtenteils grünen Landschaft. Nichtsdestotrotz sieht der Skin richtig cool aus, also dieses Dino-Kostüm hier mit dem Treceratops. Auf dem Rücken hat man so ein Baby-Ei, also so ein Baby-Dino, der gerade aus dem Ei krabbelt. Sieht auch sehr, sehr geil aus. Gefällt mir richtig gut und habe ich mir natürlich auch direkt geholt. Den Rucksack kann man natürlich auch wieder auf alle anderen Skins draufpacken, so wie immer. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Skin haltet. Und ich muss sagen, er passt ganz gut auch zu den männlichen Racks, so als Du, wenn man zum Beispiel mit seinem Freund Du spielt, dann ja, gefällt mir das eigentlich richtig nice. Als nächstes haben wir noch den kräftigen Biss. Ups, ich zeige das mal kurz hier eben als erstes. Das ist das Erntewerkzeug, passend dazu und es hat eine richtig coole Animation. Und zwar ist das so ein Klappmaul, nenne ich es einfach mal, das auf und zu geht, wenn man damit schlägt. Ihr habt es ja gerade auch eben gesehen, ich kann es nochmal kurz zeigen. Ich warte mal ganz kurz hier, zack, da habt ihr es gesehen. Ähm, das sieht ziemlich cool aus und macht leider keine besonderen Geräusche, zumindest ist mir nichts aufgefallen. Allerdings, äh, ja, hat irgendwie was ganz, ganz eigenes, sowas gab es ja bisher noch gar nicht. Auch die Augen sind irgendwie richtig lustig. Ähm, ja, gefällt mir auf jeden Fall. 1200 V-Bucks kostet der, also relativ teuer, aber auf jeden Fall passend zu dem Skin und diesem ganzen Dino-Design. Als letztes in diesem Pack haben wir noch den Gleiter dazu, das ist der Full Sea Flug, der passende Gleiter. Ähm, hat hier so ein paar Kratzer drauf, also da ist er so zerrissen. Ansonsten auch in diesem roten Design. Mir gefällt dieses Schuppenmuster hier ziemlich gut und ja, äh, finde ich, ist ein ziemlich cooler Gleiter. 500 V-Bucks ist auch noch okay für den, für den, äh, Hängegleiter hier, aber, ja, ansonsten würde ich sagen, Gleiter sind eh nicht ganz so mein Fall. Aber ich muss sagen, es ist halt auch wieder nur so ein Reskin. Heißt also, es ist dieser doch recht normale Gleiter. Ich finde ja, die geilsten Gleiter sind einfach die, die so komplett anders aussehen. Das heißt, wie zum Beispiel der Drache, der Teddybär, das Space Shuttle oder der Satellit. Das sind halt so Skins, die haben eine komplett andere Form. Der hier ist halt auch wieder nur eine Art Reskin, also eine Art Farbe auf dem normalen Gleiter drauf. Ja, für 500 V-Bucks, jetzt sage ich mal nicht tragisch, aber vielleicht hätte man da sogar noch ein bisschen mehr was rausholen können in diesem Dino-Thema. Da hätte man sicherlich noch irgendwas anderes machen können. Zum Beispiel einen Flugsaurier, ja. Bestes Beispiel, meine Idee wäre jetzt gewesen, so einen Flugsaurier zu machen. Das hätte vielleicht noch besser zu diesem Dino-Thema gepasst. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mir da zustimmt oder nicht. Statt diesem roten Fossilflug hier vielleicht einen Flugsaurier gemacht, den hätten sie gerne noch ein bisschen teurer machen können. Ich finde so diese Low-Preis-mäßigen, die hole ich mir meistens nicht, weil ich finde, sie sehen jetzt nicht so besonders aus. Ich gebe dann lieber einmal mehr Geld aus, ja. Ich gebe einmal lieber meinetwegen 1200 V-Bucks aus und habe dafür einen coolen Gleiter, als immer nur so, sage ich mal, 5 Euro dafür auszugeben, dass man so einen mittelmäßigen Gleiter hat. Weiß ich nicht. Also da gebe ich lieber einmal mehr aus und habe dann lieber einen coolen Gleiter von. Das war es ja erstmal zu der linken Seite, also den komplett neuen Items, die heute dazu gekommen sind, die noch nie vorher im Shop waren. Die Items auf der rechten Seite waren alle schon mal im Shop so. Das ist einmal der Elektro-Shuffle. Ich würde sagen, einer der absolut beliebtesten Tänze überhaupt in dem Spiel. Wenn ich mal so im Live-Stream rumgefragt habe, Leute, was ist euer Lieblings-Dance, dann kam bestimmt zu 50 bis 60 Prozent einfach Elektro-Shuffle. Ist ein richtig cooler Dance. Mit 800 V-Bucks ist das natürlich ziemlich teuer, aber auf jeden Fall einer der absolut besten. Keine Frage. Dann haben wir als nächstes die Drachen-Axt, die ja eigentlich zum Wukong-Skin passt. Der Wukong-Skin ist heute nicht dazu gekommen. Die Axt finde ich ganz cool. Sie hat mir ein bisschen viele Details und ich bin jetzt nicht so der absolute Fan von diesem ganzen Thema. Wer dieses Thema zum Beispiel feiert und sagt, hey, ich spiele auch richtig gerne mit dem Wukong-Skin, der hoffentlich auch nochmal die Tage in den Shop kommt. Ich habe ihn mir nämlich damals nicht gekauft und ich muss sagen, ich will ihn jetzt eigentlich haben. Der wird sicherlich gefeiert, wenn diese Hacke hier finden. Sie kostet 800 V-Bucks und ja, passt auch halt zu diesem ganzen Drachen-asiatischen Thema. Ich habe sie mir natürlich im Stream dann vorhin kaufen müssen und habe sie auch nochmal gezeigt. Ist auf jeden Fall eine coole Hacke und kann ich durchaus empfehlen. Dann haben wir jetzt nächstes die Dominatorin. Ein recht merkwürdiger Skin, wie ich finde. Ist halt wieder ein Reskin von dem normalen in so grau-orange-weiß. Ich bin persönlich kein Fan von diesen Reskins, nenne ich mal. Klar, sie brauchen auch eine geringpreisige Ecke für die Skins. Das heißt also Skins, die, sage ich mal, rechtfertigen, warum die krassen Skins so teuer sein dürfen. Also, dass man sagt, hier, guck mal, es gibt preiswerte Skins für nur 800 V-Bucks. Ja, ich kann es verstehen, einfach so aus marketingtechnischer Sicht von Epic Games. Allerdings muss ich sagen, dass ich mir diese Skins eigentlich nie hole. Ich weiß nicht, ob es bei euch da vielleicht anders aussieht. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Leute, die sagen, boah, ja, ich mag diese Reskins. Also, mit Reskin meine ich übrigens, dass dieses Standardmodel, also diese Frau hier genommen wird, ist ja eigentlich einer der Standardskins und der einfach nur neue Anziehsachen angezogen werden. Ja, und ich bin persönlich kein so großer Fan davon. Ich kann es verstehen, wie gesagt, aber die Skins lasse ich persönlich meistens einfach raus. Denn 8 Euro für so einen Skin auszugeben ist schon ziemlich teuer. Wenn die 2 Euro kosten würden, sehe es vielleicht anders aus. Aber 8 Euro finde ich zu viel. Dann haben wir dann noch als nächstes den strahlenden Stürmer, 1002 V-Bucks. Hier zum Beispiel kann ich es verstehen, ja. Der hat, ich glaube, das ist auch ein Reskin, der ist auch ein normaler. Allerdings hat der halt wirklich ein animiertes Design. Vom paar Tagen gab es ja schon die Frau dazu. Der hat so ein animiertes Overlay hier auf seinem Skin. Gefällt mir richtig gut. Und wünschte ich mir, dass sie es auf mehr Skins machen. Also ich finde animierte Skins mega geil. Und frag mich, warum sie es noch nicht mehr ausgebaut haben. Ich glaube, dass viele sich solche Skins mehr kaufen würden. Ja, auf jeden Fall ein cooler Skin und ist sogar in Rare. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. 1200 V-Bucks ist natürlich sehr teuer, aber das sind ja eigentlich alle Fortnite-Skins. Also von daher, ich glaube, jeder, der hier zuschaut, der weiß, dass Epic-Game-Skins generell recht teuer sind. Also, ja, wird das ja niemanden mehr verwundern. Dann haben wir als nächstes den Stage-Dive-Gleiter. Äh, der kostet 800 V-Bucks und das war der passende Gleiter zu den, äh, Rockstar-Outfits. Zu dieser, ich nenne es mal, Punk-Frau mit den pinken Haaren und der Gitarre auf dem Rücken. Das war quasi der passende Gleiter dazu. Sieht auch halt so ein bisschen mit diesen ganzen Symbolen so ein bisschen punkig aus. Gefällt mir ganz gut. Ich habe ihn mir sogar damals geholt. Hat halt wieder nur was von Reskin, wie ich es eben schon erzählt hatte. Aber ja, auf jeden Fall ein trotzdem recht cooler Gleiter. Und als letztes haben wir heute den Emote Knacks wieder drin. Für 200 V-Bucks. Der kam jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal bisher im Shop. Ähm, ist ein recht preiswerter Emote. Ich kann ihn mal kurz zeigen. Man bricht quasi so einen Stock durch, nachdem man auf jemanden gezeigt hat. So eine Art, äh, Todesdrohung. Also man, man, man warnt den Gegner so. Finde ich ganz lustig. Allerdings weiß ich nicht, wie häufig. Also ich habe ihn fast nicht mehr ausgerüstet. Ich habe ihn damals gekauft, weil man sagt so, oh ja, 200 wird ganz schön billig. Aber besonders häufig verwende ich persönlich ihn einfach nicht. Hat halt keine Musik, hat nichts Aufwendiges. Von daher ist es so ein bisschen als Drohung vielleicht ganz lustig. Wenn man so jemand zeigen will, so, hey, komm, ich mache dich gleich fertig. Aber wirklich besonders finde ich den Emote jetzt nicht. Das war es dann auch schon mit dem heutigen Shop, dem Daily Shop. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, wie gesagt, lasst gerne ein Abo da. Wird mich mega supporten. Damit euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!